Freunde der Nacht, wisst ihr was ich mache? Bei euch einen schönen Brotsalat. Da könnt ihr gut gerne das Brot vom Vortag nehmen und so ein bisschen clever zubereitet wird aus so einem schönen Brot, ja man höre und staune, echt was besonderes. Und das ganze vegetarisch, zumindest ohne Fleisch, ein bisschen Thulefisch ist dabei. Toller Brotsalat, Olivenöl, jetzt mal ganz langsam von vorne, mittlere Temperatur und das Brot, das Baguette, das Ciabatta langsam brutzeln lassen, dass das so ein bisschen Farbe bekommen kann und schön knusprig wird. Und das geht wirklich mit jedem Brot, was ihr da so gerade griffbereit habt. So und dann müssen da Aromaten dazu, wie zum Beispiel Knoblauch. So und zu dem Knoblauch könnte man gut und gern ein bisschen Zitronenschale geben. Einmal, zweimal, dreimal und dann Rosmarin. Das sind die Hauptakteure. Rosmarin, Knoblauch, Zitronenschale. Und das wird jetzt alles erstmal klein geschnitten. Rosmarin, Knoblauch und die Zitrone. Mal schauen, wie es ausschaut hier. Das Brot wird schon ein bisschen braun. Lecker. Ich liebe das. Ich liebe das. Das ist so ein altehrwürdiges Rezept. Ja, italienisches Rezept. Bisschen veredelt von mir. Aber erstmal kommen die Aromaten hier rein. So und bei der Zitrone ist es so, die kann ruhig so ein bisschen Farbe nehmen. Die wird zwar leicht bitter, aber ich finde, das schmeckt absolut genial. Und wenn ihr das mal zu Hause macht, ihr werdet sehen, es riecht brutal. Also wirklich super gut. So ein paar Tometsche. Rot, Grün, Gelb, was der Laden so hergibt. Die werden geschnitten. Dann ein bisschen Basilikum. Ich richte mir das nur mal so her. Und hier, kennt ihr wahrscheinlich, das ist ja ein bisschen Modeerscheinung, aber ich liebe das Zeug. Burrata. Also so diesen sahnigen Mozzarella. Tolle Sache. Wenn ihr Burrata nicht kennt, kauft ihn mal ein. Gibt es mittlerweile in jedem Supermarkt. Wirklich feine Sache. So, das Brot riecht gut. Eine Prise Salz. Eine Prise Pfeffer. So und jetzt kommt quasi das Wichtigste. Es kommt noch so ein schnell gerührtes Dressing. Und für das schnell gerührte Dressing nehmt ihr ein bisschen Condimentio Bianco, wie der Italiener zu sagen pflegt. Also einen weißen Balsamico-Essig. Zu dem weißen Balsamico-Essig kommt ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker. Und hier eine Zutat, die gibt es schon ewig. Nennt sich Aiva, also ein Paprika-Mousse. Dieses Paprika-Mousse gibt es wirklich in jedem Supermarkt und schmeckt saumäßig gut. Kommt zu dem Essig dazu. Und jetzt mit einem Schneebesen und einem guten Olivenöl eine Marinade rühren. Doppelt so viel Öl wie Essig. Auf die Menge einen Löffel von dem Aiva, Salz und Zucker. Freunde der Nacht. So, wie sieht es aus? Ich muss immer sagen, so funktioniert kochen heute. Schau mal, die Zitrone ist ein bisschen dunkel geworden, aber nicht verbrannt. Der Knoblauch hat leicht geröstet. Und jetzt macht ihr das am besten so, dass ihr den Brotsalat auf so ein Sieb gebt oder das geröstete Brot. Und somit habt ihr kein überschüssiges Öl. Das brauchen wir nämlich nicht. Herdplatte aus. Und jetzt wird dann gleich angerichtet. Schaut mal her, zu dem Thunfisch oder zu dem Brot kommt jetzt noch der Thunfisch. Also in kleinen Stücke gebrochen. Und der wird vorsichtig. Bernd, vorsichtig. Kamera, teure Kamera. So schimpft er wieder. Sagt, Mensch Hensi, die kostet alles Geld hier. Ja. Okay, anrichten. Das Wichtigste. Das Brot ist knusprig. Randvoll mit Aromaten. Der Thunfisch ist nice to have, ist aber kein Muss. Okay. Jetzt den Basilikum. Grob gezupft. Tomaten noch dazu. Und ganz zum Schluss, schaut mal her, nehme ich den Burrata, halbiere den. Und der ist in der Mitte so richtig schön cremig. Das kommt dann in die Mitte hier rein. Und obendrauf kommt jetzt diese fassbar geile Soße. Also, für alle, die gerne schnell was kochen. Das sind Zutaten, die hat man zu Hause. In der Regel, ja, wenn es kein Burrata ist, gerne eine Mozzarella. Schmeckt super lecker. Ihr habt alles in einem. Ihr habt Gemüse, ihr habt Brot, ihr habt ein bisschen Thunfisch. Da ist alles dabei, was das Leben so braucht. Vielleicht ein bisschen weiß er noch. Und die richtige Begleitung. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Boah, habe ich schön gesagt. Bernd, sag ja. Okay, also, guten Appetit. Untertitelung mit